Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Peruanische Gastronomie, Rezept für marinierten Fisch, ein Genuss für den Gaumen. Escarbiche de Pescado ist ein farbenfrohes Gericht, das frische Meeresfrüchte und verschiedene typisch peruanische Chilischoten, gelbe Chilischote und Panka oder rote Chilischote, in einer würzigen und erfrischenden süßsauren Soße kombiniert. Dieses köstliche Gericht wird normalerweise kalt gegessen und ist ideal für einen Sommernachmittag überall auf der Welt. Dieser köstliche Snack ist zu einem Wahrzeichen der nationalen Gastronomie geworden. Eines der vielen Gerichte, die aus anderen Kulturen auf der ganzen Welt in unser Land kamen und die wir uns zu eigen gemacht haben, indem wir ihm die Geschmacksnote verliehen haben, die nur Peruaner zu verleihen wissen, ist eingelegter Fisch. Und obwohl dieser köstliche Eintopf keinen nationalen Ursprung hat, ist er zu einem der Flaggschiffgerichte geworden, die uns im Ausland am besten repräsentieren. So gelangte die Gurke nach der Invasion der Mauren auf die iberische Halbinsel während des Vizekönigreichs nach Peru. Das Fisch-SK-Becher-Rezept ist ein sehr einfach zu zubereitendes Rezept. Es ist ein Gericht, das normalerweise kalt gegessen wird und daher in den heißen Monaten sehr beliebt ist. Durch die verwendeten Chilischoten erhält die Fischmarinade zudem einen unverwechselbaren Geschmack und eine unverwechselbare Farbe. Zutaten Am besten 8 frische Fischfilets 1 Viertel Tasse roter Essig 4 mittelgekochte Süßkartoffeln 4 hartgekochte Eier, in Stücke geschnitten 8 schwarze Oliven halbieren 3 gelbe Süßkartoffeln 1 Tasse Fischbrühe 4 mittelgroße rote Zwiebeln, in mittelgroße Stücke geschnitten 2 gelbe Chilischoten in Streifen ohne Adern geschnitten 1 Salat 1 Teelöffel Senf 1 Smuggie-Fischbrühewürfel oder eine andere Marke 1 Teelöffel Pankachilli 1 Teelöffel gemahlener gelber Chili 1 Teelöffel gehackter Knoblauch Öl zum Braten, vorzugsweise Olivenöl Mehl Salz, Pfeffer, Oregano und Kreuzkümmel Vorbereitung 1. Die Fischfilets mit Salz und Pfeffer würzen und auf beiden Seiten mit Mehl bedecken, damit sie beim Braten nicht kleben bleiben 2. Eine Bratpfanne mit Olivenöl erhitzen und die Fischfilets vorsichtig darin anbraten Wenn sie golfbraun werden, entfernen sie sie 3. Wenn das Öl des gebratenen Fisches nicht zu schmutzig oder verbrannt ist, verwenden sie es zum Braten der Zwiebeln Andernfalls verwenden sie eine andere heiße Pfanne, geben sie Öl und die geschnittenen Zwiebeln hinzu 4. Nach etwa einer Minute das in Streifen geschnittene gelbe Chili, den gemahlenen Knoblauch, das gelbe Chili, das Pankachilli, den Fischbrühewürfel, die Fischbrühe, Salz und Kreuzkümmel hinzufügen und vermischen 5. Nach ein paar Minuten braten den roten Essig dazugeben und abschmecken, wer es säuerlicher mag, noch etwas mehr hinzufügen 6. Wenn fast alles fertig ist, Senf und Oregano hinzufügen 7. Zum Servieren einen Boden aus Salatblättern auf eine Platte legen und mit den Fischfilets belegen mit der vorbereiteten Soße bedecken und mit hart gekochten Eiern, schwarzen Oliven, Süßkartoffeln und etwas Petersilie dekorieren Tricks und Tipps 1. Der Fisch kann von jeder Art sein, solange er frisch ist Ich empfehle jedoch, dass er nicht zu fettig ist und nicht leicht auseinanderfällt, damit er den Saft aus der Soße aufnimmt 2. Bereiten Sie die Fischmarinade einen Tag vorher über Nacht zu und lagern Sie sie an einem trockenen Ort ohne Feuchtigkeit und bei Zimmertemperatur Wenn es zu heiß ist, bewahren Sie es im Kühlschrank auf, nehmen Sie es jedoch einige Stunden vor dem Verzehr heraus Der Geschmack der Marinade ist von Tag zu Tag spektakulär Wenn Sie nicht viel Zeit haben, lassen Sie sie mindestens eine Stunde ruhen 3. Der Essig muss von guter Qualität sein Ich empfehle Ihnen, Rotweinessig zu verwenden Bereit! Ein Genuss für den Gaumen Abonnieren Sie uns und folgen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken Facebook, YouTube, Instagram und TikTok Peru News Today Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020